Was geht ab Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video am Montagmorgen und damit auch einen wunderschönen Wochenstart euch allen da draußen. Momentan traden wir bei ungefähr 21.160 US-Dollar, wir haben ein höheres Hoch bekommen, darüber haben wir gestern gesprochen, doch ist es möglicherweise jetzt genau der Punkt, wo jetzt der gesamte Markt dreht, wir einen kompletten Crash kriegen, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an, doch bevor wir starten, lasst das Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und kommt natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe gerne rein, wenn ihr Bock auf Signale und natürlich auf ein bisschen Talk habt und eure Fragen stellen möchtet. Gut, und damit auch genug Eigenwerbung gemacht, wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 21.164 US-Dollar, wir sind einerseits aus der Psy-Range ausgebrochen heute Nacht, nicht wirklich impulsiv. Also wenn wir das mit den letzten Wochen vergleichen, wo wir dann so gegen 0 Uhr, also zur Asia-Session, richtig Volumen reinbekommen haben, haben wir dieses Mal nicht. Klar, so ein kleiner Volumenhügel, den haben wir hier schon auf dem 1-Stunden-Chart, aber für mich nicht wirklich ausreichend. Wir haben das höhere Hoch hier einigermaßen reinbekommen, zum Last-Week-High sind wir dann gepumpt, aber ist nicht wirklich toll, denn dadurch haben wir jetzt auch eine Bearish Divergence reinbekommen, wir haben tiefer geschlossen, das heißt, wir haben zwar ein höheres Hoch gekriegt, aber keinen höheren Schlusskurs. Und das ist kein gutes Zeichen für den Wochenstart, zumindest jetzt vorübergehend. Trotzdem halte ich es zumindest für möglich, und da blicken wir jetzt mal gerne in den 4-Stunden-Chart, macht den Traders-Reality-Indikator kurzzeitig aus, dass wir uns trotzdem nochmal hier in diese Box hier oben vorarbeiten. Also die 22.500 US-Dollar schreibe ich nicht ab, deswegen habe ich auch den Pivot-Indikator reingemacht für die Woche. Da liegt der Pivot R1, das ist so eine Marke, die kann ich mir vorstellen, dass wir uns die holen mit einem Wig möglicherweise, also auch hier nochmal Liquidität tanken, nochmal ein paar Shorts rausknallen, und dann aber deutlich nach unten hingehen. Also das sind jetzt so die Ziele, die ich kurzfristig habe, ich bin aber ganz ehrlich jetzt short-orientiert. Ich werde jetzt keine neuen Long-Positionen mehr hier eröffnen, beziehungsweise habe ich mir sowieso keine mehr auf, ansonsten werde ich das natürlich hier in der Telegram-Talk und Signalgruppe reinposten, also kommt da auch gerne natürlich in diese rein, Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Deswegen, ich überlege noch, ob ich ein kleines Short-Signal hier reinposte, aufgrund eben dieses höheren Hochs, ob wir da vielleicht nochmal so einen kleinen Trade reinplanen. Müssen wir mal gucken. Das Lustige ist ja, wir sind hier jetzt auf dem Bing-X-Chart, zuvor waren wir jetzt auf dem Buy-Bitch-Chart, auf dem Buy-Bitch-Chart haben wir kein höheres Hoch, aber bei Bing-X hatten wir den und natürlich auch dann somit bei Binance. Das ist eigentlich sehr lustig, weil ich ja gestern auch darüber gesprochen habe, wir haben hier ein bisschen Börsenabweichungen, und wichtiger ist es, finde ich, bei Binance, dass wir hier die Bearish-Divergence haben, und die haben wir halt eben hier. Klar, die P-Wits verschieben sich dann auch hier so minimal, 22.472, aber für mich, den Weg haben wir gestern eingezeichnet, könnt ihr euch daran erinnern, höheres Hoch, Bearish-Divergence, tieferer Schlusskurs, gut für die Shorter meines Erachtens nach, auch wenn jetzt hier nochmal in der 4-Stunden-Candle nochmal ein bisschen mehr Volumen drin war, trotzdem, ich halte momentan max die 22.472 für möglich, danach aber deutliche, deutliche Trendwende, und das würde dann uns auch mindestens ins 0,5er Fibonacci-Retracement-Level bei 18.800 US-Dollar bringen. Hier haben wir so die erste kleine Volumenansammlung, besser wäre aber das Golden Pocket, hier liegt der Pivot S1 für diese Woche. Und was man auch noch dazu sagen muss, wer diesen Kanal schon länger verfolgt, 200, der SMA in Lila hier unten verläuft auch in diese Region hier unten. Also da kommt wieder sehr, sehr viel zusammen, einerseits Support-Zonen, andererseits Vector-Candles, die hier unten auch noch liegen. Also hier sollten wir auf jeden Fall aufpassen, ich werde trotzdem keine Long-Position jetzt irgendwie mehr eingehen, das Risiko ist mir zu hoch. Außerdem ist ja heute auch noch Weltwirtschaftsforum in Davos, was jetzt auch beginnt, neue Woche, Montag, False Move, Monday, wer weiß, was da passiert, deswegen wäre ich einfach ein bisschen vorsichtiger heute, und eher ein bisschen short-orientierter. Ansonsten hat sich, wir können uns ganz kurz mal den Weekly Close und Daily Close mal angucken. Daily Close, schauen wir mal ganz kurz, war hier bei den 20.930, also auch nicht wirklich bullisch, wir haben ja darüber gesprochen, wir müssten eigentlich hier über diese 21.483 ungefähr schließen. Haben wir nicht gemacht, wir haben jetzt diese Woche, also mit dem heutigen Tag, den Wig da hoch zwar bekommen, aber es ist wichtig, einfach hier drüber zu schließen, weil hier liegt eine Menge Liquidität und das nächste Liquiditätscluster liegt dann eben hier oben bei diesen 20.400 US-Dollar, wenn wir jetzt hier die Supply Zone noch einzeichnen, passt es perfekt hier mit dem Monatsprivate R1 überein, also das sind die Zonen, die müssen wir überwinden, sollten wir über 22.500 US-Dollar schließen, bin ich extrem bullisch und dann haben wir wirklich Luft oder sehr, sehr viel Luft, erstmal hier sogar bis in die Region von 30.000 US-Dollar, aber das sehe ich momentan nicht, ich bin eher auf der bearishen Seite momentan, solange wir hier einfach nicht drüber kommen, dass wir nochmal diesen Rücksetzer kriegen, in Richtung 18.000, 18.500 US-Dollar, wo einfach eine Menge Support liegt, wo viele Vektoren liegen, die wir uns noch abholen sollten und als Retest dieser ebenmaligen Range, habe ich jetzt zwar nicht eingezeichnet, aber sieht man ganz gut, wo wir hier immer wieder Widerstand hatten, würde es sehr, sehr gut passen, diesen Retest mitzunehmen und dann nach oben hin zu pumpen. Eventuell werde ich jetzt dann noch ein Short-Setup in die Gruppe posten, ich bin aber noch ein bisschen unschlüssig, ob das was für die Gruppe ist, aber gut, könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet oder wie eure Meinung zu dieser Woche ist, bullish, bearish gestimmt, unten gerne reinschreiben. Dann, Ethereum, einerseits der Buy-Bit-Chart, haben wir gestern drüber gesprochen, da sind wir jetzt momentan bei 1.578, wir blicken auf den Bing-Ex-Chart, huch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, so, jetzt aber machen den Weg mal ein bisschen weg, hier haben wir noch kein höheres Hoch und das ist das, was mich ein bisschen verunsichert, momentan noch ein bisschen, also auch hier, momentan noch kein Short-Szenario für mich, ich warte hier noch, dass wir hier ein höheres Hoch reinkriegen, klar, das FIP-Level würde sich natürlich ein bisschen verschieben, das ist aber alles eingeplant, aber das höhere Hoch wäre hier einfach wünschenswert, meines Erachtens nach. Einerseits, um hier diese Bearish Divergence auszulösen, auf dem 4-Stunden-Chart, wir blicken ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart, Volumen geht hier langsam bei Ethereum raus, also wir sehen kaum noch Volumen hier und, wie gesagt, die Bearish Divergence, die fehlt mir hier einfach noch. Ich habe hier oben schon so ein kleines Setup angedeutet, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, so bei 1.601, wenn das höhere Hoch fallen würde. Erstmal abwarten, wie schließen wir die Stunde, schließen wir drunter, ist es für mich ein Short-Indikator, ansonsten müssen wir mal gucken, wie die 4-Stunden-Candle nachschließt. Aber erstmal 1-Stunden-Chart, ein bisschen im Auge behalten, kriegen wir hier wirklich die Bearish Divergence rein, ist es für mich klares Zeichen, dass wir erst nochmal runtergehen, ein bisschen korrigieren und dann wäre ja hier das Ziel, wo wir drüber gesprochen haben, einerseits hier unten die 1.400 US-Dollar, bei, warte, wo haben wir es hier, da haben wir auch noch eine 1-Stunden, 4-Stunden-Demand-Zone und 200 SMA auf den 1-Stunden-Chart, wir blicken aber hier mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart, das ist vielleicht ein bisschen klarer wird, das sieht man hier, einerseits, warte, das zeichne ich euch ganz kurz ein, hier diese 4-Stunden-Demand-Zone, die wir hier haben und sollte die nicht halten bei den 1.390, 1.400 US-Dollar, dann gehen wir auf jeden Fall hier Richtung 1.340 bis 1.330, wir haben den P-Wirt S1 hier unten liegen, wir haben das Golden Pocket hier unten liegen, der 200er SMA kommt hier langsam immer näher, der sollte jetzt vielleicht im Laufe des Tages hier hoch auch noch kommen, also da kommt auch wieder eine Menge Support zusammen, das ist genau das gleiche Spiel wie bei Bitcoin und da die sich momentan ziemlich ähneln, denke ich, dass es ein guter Fahrplan ist, aber wie gesagt, das höhere Hoch wäre noch wünschenswert, ansonsten werde ich hier in keinerlei Short-Position reingehen, weil mir das Risiko, dass es hier einfach dann wieder nur noch mehr Shorts ausstoppen ist, einfach viel zu hoch ist, das heißt, dass es hier erst runter geht und dann alle Short getriggert werden und dann wir erst dann nochmal ein höheres Hoch kriegen, darauf warte ich jetzt einfach, aber wie gesagt, gerne in die Telegram-Gruppe reinkommen, da werde ich das dann alles nochmal genauer erläutern. Gut, dann kommen wir, wie gesagt, zu den News, Tyler Winkelbloss, SEC-Klage politisch motiviert, ja, die SEC, nicht nur XRP, auch, was weiß ich, was die alles verklagen, schaut euch auf jeden Fall gerne den Artikel an, entweder bei CryptoGuru direkt oder natürlich in der Telegram-Gruppe, dort ist ein Bot eingebaut, dass die News immer aktuell bei uns drin sind und ansonsten würde ich sagen, kommt später noch ein Litecoin-Video, weil es sich sehr, sehr oft gewünscht wurde und ja, wünsche ich euch einen super Wochenstart, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was denkt ihr, bullische Woche kriegen wir einen Crash mit sogar Lower Low, also die 14k sind für mich noch nicht draußen, bin ich ganz ehrlich, das ist immer noch so eine Chance, die ich nicht abschreiben werde und ansonsten war es das von meiner Seite, später zum Litecoin-Video und ja, gerne Telegram-Talk-Gruppe, Signal-Gruppe reinkommen, Like da lassen, Abo da lassen und dann war es das von meiner Seite, wir hören uns später wieder, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto!